Hallo und herzlich willkommen zur Auftakt-Pressekonferenz der Lausitzer Füchse für die am Freitag beginnende DEL-2-Saison 2024-2025. Übrigens die 30. Saison für das Team aus Hockey Town in der 2. Deutschen Liga, das Ganze seit 1990 und die 11. DEL-2-Saison für die Lausitzer Füchse. Vier Vorbereitungswochen sind vorbei, sechs Testspiele absolviert und kurz vor dem scharfen Start in den Liga-Alltag möchten wir über den aktuellen Stand beim ERC Lausitzer Füchse informieren. Dann beginnen werden der ERC-Geschäftsführer Dirk Rohrbach zu meiner rechten Seite, hallo Dirk, und unser Cheftrainer Christoph Kreuzer. Hallo Christoph. Hallo. Im weiteren Verlauf stellen sich dann noch der sportliche Berater Jens Baxmann und der Kapitän der Lausitzer Füchse, Kleid Breitkreuz, den Fragen. Und damit beginnen wir schon. Dirk, bitte, deine Ausführungen aus Sicht des Geschäftsführers. Ja, sehr gerne erstmal herzlich willkommen in Hockey Town. Die Eissaison hat gestartet. Wir haben seit dem 12. August hier das Eis präpariert. Einige Trainingseinheiten hat Christoph schon absolviert, natürlich auch einige Spiele, die dazu wichtig sind, in die Vorbereitung reinzugehen, um natürlich auch jetzt am 13. September gegen die Kassel Huskies gut vorbereitet zu sein. Es war wie immer eine lange Sommerpause für mich, für die Fans natürlich, aber auch für die Spieler, aber für mich natürlich kurzweilig, weil wir natürlich viele Dinge zu organisieren haben. Speziell die Lizenzerteilung ist natürlich für uns ein wichtiger Baustein. Natürlich aber auch die Gespräche mit den Sponsoren, aber auch die Arbeit mit Jens Baxmann, dann auch mit Christoph zusammen, mit André Mücke, den Kader zusammenzustellen und natürlich das Bestmögliche hier rauszuholen, was für uns natürlich immer der Anspruch ist schlechthin. Und natürlich bin ich optimistisch, was die Saison betrifft, auch voller Tatendrang, dass ich von oben anfeuern kann. Das ist auch wichtig. Das Sportliche muss natürlich dann auch im sportlichen Bereich bleiben. Aber ich kann im Endeffekt die Grundlagen schaffen, dass wir hier in HockeyTown eine konkurrenzfähige Mannschaft erstmal auffinden und wir natürlich auch optimal hier in die Saison starten. Ansonsten möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, speziell bei unseren Sponsoren, aber auch unseren Dauerkarten-Innerhabern. Wir haben dieses Jahr wieder den Rekord geknackt mit über 1180 Dauerkarten, was natürlich zeigt, wie die Euphorie hier ist, dass wir HockeyTown leben, dass natürlich hier unsere Fans den Rücken stärken, aber auch die Sponsoren zur Treue halten und dementsprechend wir hier starten können. Sicherlich muss man aber auch klar und deutlich hinzufügen, dass wir hier noch eine Lücke haben in dieser Saison, die wir versuchen, während es schnellstmöglich auszugleichen. Da brauchen wir natürlich auch die Unterstützung von der Wirtschaft hier und auch von der politischen Seite. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir das auch schnellstmöglich schaffen können und dass wir dann sorgenfrei in die Saison gucken und wir uns auf das Sportliche voll konzentrieren können. Aber wichtig ist natürlich auch, dass wir diesem Anspruch, den wir haben, hier alle gerecht werden und das sollte von Jahr zu Jahr auch stetig steigern. Und ich bin natürlich aber auch sehr dankbar an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier mit Leidenschaft und Herzblut dahinter stehen, um das Ganze hier abzuwickeln, um natürlich bereit zu sein für die Saison und die Voraussetzungen geschaffen haben. Und da kann es nichts Besseres sein, als wir am 13.09. den Top-Favoriten aus Kassel hier empfangen. Vielen Dank für die Ausführung. Frage an die anwesenden Pressevertreter. Gibt es Fragen Ihrerseits an den Geschäftsführer? Herr Robach, Sie haben gesagt, um die Lücke zu füllen, brauchen Sie Unterstützung der Wirtschaft. Das ist ja klar, Sponsoren und auch politische Unterstützung. Was meinen Sie da konkret? Ich denke, jeder weiß, dass Sport auch ein kleines Politikum ist. Das ist nicht nur seit gestern. Wir brauchen natürlich da Entscheidungsträger, die natürlich hier erstmal den Standort sichern, hier in der Stadt. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir Hockey-Town leben, dass es auch klar ist, dass wir, ich sage mal, ein Aushängeschild, ein Leuchtturm hier dieser Region sind. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich aber auch Türenöffner, was sicherlich auch wichtig ist, um die Wirtschaft dahingehend zu bringen, dass die natürlich auch Sponsoring leisten sich können, aber auch auf der anderen Seite das Interesse für die Lausitzer Füchse haben. Und jeder kennt auch mein Netzwerk, das ist relativ groß, ob Wirtschaft oder Politik. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man da die Unterstützung erfahren. Aber das haben wir die letzten Jahre auch schon so getan. Deshalb will ich die Politik jetzt nicht außen vor lassen. Deshalb habe ich zuerst die Wirtschaft natürlich vorangestellt, aber im Nachgang dann auch die Politik. Weil wir brauchen natürlich Türenöffner, um dementsprechend auch bei den wirtschaftlich großen Unternehmen da Gehör zu finden. Und deshalb ist es im Einklang dieser drei Komponente, Lausitzer Füchse, Wirtschaft und Politik. Dankeschön für die Ausführungen. Weitere Fragen? Die Eishockey-News raten ja möglicherweise immer die Etats der einzelnen Clubs. Es gibt dieses Jahr wieder in der Auflistung in dem Sonderheft unter dem Vorbehalt geschätzte Etats. Dort sind wir in der Hierarchie nach unten gerutscht. Mit einer Summe, die diesmal geschätzt worden ist, von 3,2 Millionen Euro. Wir befinden uns jetzt im unteren Teil der Tabelle. Ist das ein Indiz dafür, dass es halt schwieriger geworden ist, hier die entsprechenden Gelder zu akquirieren? Oder liegt das daran, dass die Liga sozusagen explodiert und in anderen Bereichen oder bei anderen Vereinen die Summe dann nach oben drücken? Grundsätzlich mag ich das nicht, dass man solche Gesamtetats schätzt und dann auch veröffentlicht. Weil jeder, der das liest, vergleicht das Ganze. Und diese Gesamtetats sind nicht vergleichbar. Wenn man was vergleichen sollte, dann sind es die Spieleretats oder die Personalkosten in Gänze. Weil einer da hat die Ausschangrechte bei sich und nutzt das in dem Sinne oder ist die Aufstockung des Etats damit verbunden. Einige haben den Merchandising, wie bei uns, den Fanshop mit dabei. Und manche haben noch im Endeffekt andere Faktoren, die für den Gesamtetat sprechen. Und deshalb ist es in dem Sinne nicht vergleichbar. Und zweitens, die Schätzung finde ich jetzt auch nicht sehr praktikabel, dass es seit vielen Jahren so durchgeführt wird. Das ist halt so. Und wenn man uns jetzt bei 3,2, wenn ich es richtig verstanden habe, einschätzt, dann nehme ich das zur Kenntnis. Grundsätzlich ist bei uns nichts, ich sag mal, weniger wert geworden. Oder vielleicht der Schläger günstiger, das ist auch nicht der Fall. Also wir müssen schon mit dem Gesamtetat da rechnen. Und von circa 4 Millionen rede ich immer. So ähnlich, wie es auch in der letzten Saison war. Wir versuchen natürlich Einsparpotenzial zu finden, die es ermöglichen, natürlich auch im sportlichen Bereich, da die eine oder andere Personale noch zu bekommen. So wie wir das auch in den letzten Jahren gemacht haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir diesen Gesamtetat nicht minimieren können. Weil erstmal sind wir nicht konkurrenzfähig. Und zweitens, ein Spieler, der nur zwei Schläger in der Saison hat, das wird auch nicht geben. Also deshalb ist das immer für mich so eine Gratwanderung, diesen Etat überhaupt da zu schätzen und aufzustellen. Weil das irritiert brutal. Wir haben im Endeffekt, es ist klar, die wirtschaftliche Situation ist eigentlich auch bekannt. Wir haben eine große Inflationsthematik die letzten Jahre gehabt. Wir haben die Corona-Krise gehabt oder die Corona-Zeit gehabt, wo auch noch nicht alles so überwunden worden ist. Auch bei den Unternehmen hier vor Ort. Und ich betone es immer sehr, sehr gern, weil wir können brutal stolz sein, dass wir hier in der zweiten Liga spielen. Mit einer 15.000-Einwohner-Stadt, mit einem Halbkreis. Weil die polnische Seite natürlich auch nicht uns ermöglicht, da Sponsoren zu suchen. Weil die Wirtschaftskraft da nicht da ist. Aber auch, dass dieses Eishockey-Affine nicht da ist. Die nächste polnische Stadt, die Eishockey betreibt, ist, glaube ich, Opeln. Da reden wir von 300 Kilometern. Und deshalb ist es natürlich auch umso schwerer, da Sponsoren, aber auch Zuschauer hier zu locken. Und deshalb können wir brutal stolz sein, dass wir diese Fangemeinschaft haben, dass wir diese Sponsoren-Gemeinschaft haben. Und dass wir hier täglich auch unsere Arbeiten, dass wir hier in der DL2-Gehörigkeit sind. Und dass wir wirklich stolz sein können, was wir hier leisten. Und das ist jedes Jahr eine Herausforderung, das wissen wir. Aber wie gesagt, mein gesamtes Team steht voll mit diesem Herzblut, mit dieser Leidenschaft dahinter. Und der Fokus steht auf Hockey-Tauen, auf die Lauterfüchse und den gesamten Eishport hier in Weißwasser. Und das macht uns Mut, weiterzuarbeiten und dementsprechend auch jedes Jahr konkurrenzfähig zu sein. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen von den anwesenden Journalisten? Ja, anschließend an die Frage, schauen Sie vielleicht ein bisschen neidvoll nach Dresden, wo der Spieleretat vielleicht um Längen größer ist? Ach, Neid. Wissen Sie, Herr Tümmler, das ist jetzt im Endeffekt, gucken wir auf uns. Und die Lause steht für sich. In Dresden gibt es andere wirtschaftliche Voraussetzungen. Wir brauchen bloß die Chip-Industrie uns anschauen. Aber da gibt es auch mehr Sportvereine. Das eine ist nicht so schlecht, dass auch was Gutes dran ist. Wir haben im Endeffekt ein Alleinstellungsmerkmal hier schon. Natürlich Cottbus im Fußballbereich, die natürlich auch in die dritte Liga aufgestiegen sind, die natürlich auch ein Etat benötigen. Aber man muss sich das eben auch erarbeiten. Ich denke, andersrum gucken Sie neidvoll auf uns mit den Voraussetzungen, die wir hier haben in dieser kleinen Stadt, in dieser Region, die nicht unbedingt von Wirtschaftskraft geprägt ist. Aber dieser Optimismus, und das macht uns ja gerade das stark aus, deshalb gucke ich nicht neidvoll nach Dresden, zur Landeshauptstadt oder irgendwo anders hin, zum Speckgürtel der Wirtschaft, sondern einfach, wir gucken auf uns. Und das müssen wir täglich uns erarbeiten, was wir hier erreichen wollen. Und da bin ich weder neidvoll irgendwo anders in die Blicke, sondern einfach, wir gucken auf uns. Sind stolz. Sehr stolz. Dankeschön für die Ausführungen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann hätte ich vielleicht noch ein Thema. Dirk, du bist ja derjenige bei uns, der sich um die Einbürgerungsprozesse der Spieler kümmert oder um die deutschen Pässe. Ist das in diesem Jahr alles reibungslos abgelaufen? Gut, jetzt bin ich ohne Beamter. Nein, es ist richtig, dass ich natürlich auch den Draht nach Görlitz habe, zu unserer Ausländerstelle. Und auch da gilt der Dank hin, dass wir seit einigen Jahren ein sehr harmonisches Verhältnis haben, dass wir lösungsorientierter arbeiten. Und vielen Dank an auch Frau Wolf und das gesamte Team in Görlitz. Wir können im Endeffekt auch vermelden, dass Plaf und Taubert den deutschen Pass schon seit mittlerweile zweieinhalb, drei Wochen haben. Wir wollten es jetzt nicht so wie andere Vereine als Pressemitteilung vollziehen, sondern einfach das auch im Vorbericht dann morgen sicherlich schreiben. Also das heißt, beide werden als deutsche Spieler auflaufen. Und da ist es natürlich wieder der Dank, wie gesagt, nach Görlitz, aber auch an die Spieler selber, die natürlich da die Unterlagen auch gut vorbereitet haben. Und das ist im Endeffekt so, dass wir da eine gute Zusammenarbeit pflegen. Vielen Dank für die Ausführung. Dort war noch eine Frage jetzt. Ja, vielleicht noch mal eine Frage zum Thema Kooperationspartner. Sie haben ja jetzt neu die Kooperation mit Leipzig, gemeinsam mit Krimmetschau. Wie ist es dazu gekommen und was versprechen Sie sich davon? Ja, wir hatten ja in den letzten Jahren mit Hamburg, die dann leider insolvent gegangen sind, oder jetzt Rostock, eine Kooperation gepflegt, wo junge Spieler dann in die Oberliga ihre Spielpraxis sammeln konnten. Sicherlich muss man auch sagen, die Entfernung nach Hamburg oder Rostock waren schon relativ weit, weil immer teilweise kurzfristige Entscheidungen getroffen werden mussten von den Coaches, ob sie jetzt zum Kooperationspartner gehen oder nicht. Jetzt haben wir mit Leipzig, wo der André Schilbach, der hier sicherlich auch bekannt ist, da als Geschäftsführer fungiert, aber auch die Nähe, meine Nähe zu den Eispiraten, eine Dreierkombination gewählt, weil natürlich weder Krimmetschau noch wir Spieler jetzt in dem Maße haben, die natürlich überzählig sind. Es soll natürlich in dem Sinne die Kürze der Fahrzeit ausschlaggebend oder war ausschlaggebend, aber auch, dass wir im Endeffekt jetzt nicht so viele Spieler zur Verfügung haben, die dauerhaft beim Oberliga-Partner sind. Und deshalb diese Dreierkooperation, wo die Eispiraten sicherlich den einen oder anderen nach Leipzig schicken, aber wenn es ein Not am Mann ist oder beziehungsweise wenn wir die Möglichkeit haben, Spieler da auszubilden und Spielpraxis zu sammeln, dann sicherlich auch wir auf einem kurzen Wege nach Leipzig. Dankeschön. Weitere Fragen an Dirk Rohrbach? Sehe ich jetzt doch noch... Bleiben wir nochmal bei der Kooperation. Es gibt ja nicht nur die Kooperation in der Oberliga, sondern auch in die DEL, also mit den Eisbären weiterhin. Da haben Sie sechs Förderlizenzspieler lizenziert, von denen einige ja doch schon einigermaßen fest auch im Kader der Eisbären unterwegs waren in der letzten Saison. Also wie oft werden Sie die Spieler jetzt in Weißwasser tatsächlich dann erwarten können, wie Jonas Stettmar oder Erik Hörtler? Ja, es ist richtig. Wir haben seit neun oder zehn Jahren jetzt die Kooperation mit den Eisbären. Und wenn solche Partnerschaften langlebig sind, aber auch mit Leben gefüllt sind, ist es für beide eine Win-Win-Situation. Und das wollen wir natürlich aufrechterhalten. Und wir haben in den zurückliegenden Jahren Jahre gehabt oder Spielzeiten gehabt, wo wir sehr viel profitiert haben von jungen Leuten, die teilweise vier, fünf Spieler, die wir da vor Ort oder beziehungsweise in unsere Mannschaft einbauen konnten. Es gab auch Spielzeiten, wo wir nur ein oder zwei Spieler hier in Weißwasser hatten. Grundsätzlich ist es so, dass wir erst mal sechs Spieler lizenziert haben, die förderlizenzfähig sind. Dass wir natürlich dann nicht alle hier sehen werden, beziehungsweise nur vereinzelt hier sehen werden, das ist auch klar. Ich denke, Jonas Stettmar hat jetzt hier zum Vorbereitungsspiel gegen die Eisbären bei uns im Tor gestanden. Das war für ihn auch erst mal wichtig, dass er die Mannschaft auch hier kennenlernt und dementsprechend hier auch die Einsatzchance hatte. Aber natürlich auch für die Coaches wichtig gewesen. Wir wissen die Konstellation in Berlin mit der Torwart-Situation. Jake Hildebrand die Nummer eins. Aber Jonas Stettmar wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Spiel in Berlin machen. Und wir gehen davon aus, dass er natürlich aber auch zu uns kommt. Die Höhe oder die Anzahl der Spiele, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber ich denke schon, dass da Jonas auch ab und zu bei uns sein wird. Wir haben, aber da wird die sportliche Abteilung dann sicherlich noch mehr sagen können, von Mathiel Lehden bei uns, der jetzt kein Förderlizenzspieler ist, sondern im Endeffekt noch als Ausleihe von den Eisbären hier uns zur Verfügung steht. Und Michael Patouli sicherlich mit Eric Hördler, Koppinion Geibel war, glaube ich, noch mit dabei und Rio Kaiser. Da werden wir sehen, wie das läuft, wie der Start auch dann in einer anderen Woche bei den Eisbären funktioniert, wie viele Verletzungsausfälle oder wie der Kader dann zusammengestellt ist. Da will ich jetzt keine Prognose abgeben. Aber wichtig ist es, dass es beleben bleibt, dass Jens Baxmann auch mit André Rankel im ständigen Austausch ist, was natürlich auch wichtig ist, aber auch die Coaches, die selber in Berlin im Sommer waren, um sich da auszutauschen. Und wir müssen immer sagen, so eine Förderlizenz, so eine Kooperation ist entscheidend, dass die Spieler sich weiterentwickeln. Es geht um die Spieler, es geht jetzt nicht um den Verein. Es geht im Endeffekt, dass der Spieler bestmögliche Entwicklungschancen bekommt, ob in Berlin oder in Weißwasser. Und darum ist eine Förderlizenz in dem Sinne damals ins Leben gerufen worden. Und das sollte man nie vergessen. Also es bringt jetzt keinen, der in Berlin eine Minute Eiszeit hat und bei uns hat er 14, 15, 16 Minuten gehabt. Sicherlich müssen die Trainer dann immer schauen, was Sinn macht. Aber da bin ich auch sehr froh, dass wir diese Kooperation pflegen, hegen und auf Augenhöhe dementsprechend agieren können. Vielen Dank, Dirk. Dann sind die Fragen jetzt an den Geschäftsführer abgeschlossen. Und wir kommen zu Christoph Kreuzer, zu meiner Linken, das neue Gesicht hinter der Bande hier in Hockey Town. Christoph, herzlich willkommen nochmal hier auf der Pressekonferenz. Und jetzt der Rückblick deinerseits auf die Vorbereitungswochen und auch gleichzeitig der Ausblick auf die Saison. Ja, erst nochmal Hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir haben, glaube ich, schon sehr intensive vier Wochen hinter uns, weil es natürlich auch eine kurze Vorbereitungszeit war mit sechs Spielen. Die Mannschaft hat von Anfang an, war sie sehr engagiert, hat versucht, alles umzusetzen, was wir als Trainer vorgeben, von den neuen Spielsystemen oder in welcher Zone wir spielen wollen. Das versuchen sie wirklich sehr gut umzusetzen. Trotzdem gibt uns natürlich jedes Vorbereitungsspiel auch immer wieder die Einsicht oder die Draufsicht dann, dass wir, wenn wir Baustellen haben, gerade gegen gute Gegner, wie wir es eigentlich in der Vorbereitung besonders in den ersten vier Spielen gehabt haben, darstellt. Und da lässt sich halt ganz gut daran arbeiten. So können wir Stück für Stück dann das alles bauen. Die Jungs, wie gesagt, arbeiten sehr hart. Alle sind fit, alle nehmen sich das zu Herzen. Ich denke, wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft, sind schon ein Stück weit zusammengewachsen. Das ist immer ein sehr großer Vorteil, gerade wenn man so viele neue Spieler integrieren muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Von daher geht alles so ein bisschen in die richtige Richtung. Aber wir wissen auch, dass in vier Wochen noch nicht alles so perfekt zusammenläuft, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber ich bin da positiv gestimmt. Und auch, was gut war, war, dass wir die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Das ist immer sehr gut für den Kopf. Positive Spielergebnisse steigern immer das Selbstvertrauen. Das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube, jetzt ist jeder auch heiß darauf, in die Liga zu starten. Eigentlich können wir uns nichts Besseres vorstellen, als gegen den Top-Favoriten anzufangen, weil die uns von Anfang an alles abverlangen werden. Jeder, der neu in der Liga hier spielt, wird merken, was hier für ein Hockey gespielt wird. Ich muss zu 100 Prozent bereit sein. Ich denke, dass meine Mannschaft sowieso nur wirklich Punkte mitnehmen kann, wenn wir alle zu 100 Prozent funktionieren. Ich glaube, das weiß jeder und kann jeder realistisch einschätzen, sowohl von der Mannschaft als auch neben dem Eis, von den Fans, von der ganzen Organisation her. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass das jeder beherzt. Für mich ist wichtig, und das hat man jetzt schon gemerkt, dass wir auch mit der Mannschaft und den Fans eine Einheit werden, dass wir wirklich gut funktionieren, dass hier wirklich ein Hexenkessel wird. Jedes Spiel, dass wir wirklich gerade zu Hause sehr, sehr gute Spiele abliefern, wirklich sehr kampfbereit sind. Und das wird uns helfen, auch für unsere Auswärtsspiele. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind eigentlich die Mannschaft, die die meisten weiten Fahrten hat. Aber jeder muss zu uns kommen. Wir sind es dann vielleicht irgendwann gewohnt. Und die anderen Mannschaften hassen es eigentlich schon, so eine weite Auswärtsfahrt zu haben. Und wenn sie dann noch hier hinkommt und so eine Fankulisse hat, wie ich sie kenne hier von Weißwasser und bis jetzt kennengelernt habe, dann hilft uns das alles weiter. Und ich glaube, dass wir sehr froh sind, die Mannschaft und auch der Trainerstaff, dass wir einfach jetzt am Freitag auch beginnen können. Dankeschön, Christoph, für die Ausführungen. Fragen von den Journalisten. Herr Kreuzer, wir sind an Nummer 1 im Ranking der Mannschaften, die die meisten Veränderungen hatten vor der Saison. Mit 16 Abgängen und 12 Neuzugängen. Wie viel Chance, aber auch wie viel mehr Arbeit ist das? Ja, also es ist mehr Arbeit erst mal. Und dann muss man halt schauen, trotzdem sind neue Wege, neue Spieler, ergibt auch neue Chancen. Das ist gar keine Frage. Für uns ist es halt, und das habe ich anfangs gesagt, dann auch schwierig, wenn man nur diese vier Wochen hat, weil man natürlich mehrere Sachen ausprobieren muss, weil man manche Abläufe noch nicht so kennt. Dass Sturmreihen neu zusammengestellt werden müssen, dass Verteidigungsbärchen in dem Sinne harmonieren müssen. Das ist alles nicht so einfach. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, und das sehe ich einfach, dass die Mannschaft hier, glaube ich, ganz gut und schnell zusammengewachsen ist. Dass sie einen guten Teamgeist haben, dass sie charakterlich ganz gut alle zusammenpassen. Das hilft, weil jeder dasselbe Ziel hat, das Bestmögliche für die Lausitzer Füchse rauszuholen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer und wichtiger Bestandteil, den wir hier haben. Aber deshalb habe ich anfangs gesagt, es wird halt noch nicht alles perfekt laufen. Und ja, wir werden ab und zu noch ein paar Dinge haben, die wir wirklich daran feilen müssen. Aber wenn die Bereitschaft da ist und der Charakter stimmt in der Mannschaft, dann ist das sicherlich ein Ding, was man umsetzen kann. Dankeschön, Christoph. Weitere Fragen? Herr Kreuzer, Sie mussten ja diesen Standort erstmal nochmal kennenlernen, die Organisation. Was hat Sie am meisten überrascht? Was kannten Sie in der Form noch nicht? Ich habe schon so viel kennengelernt, deshalb so schnell überrascht mich nichts. Aber ja, was hier, sage ich jetzt mal, ist, und ich glaube, das ist auch wichtig für so einen Klub, der einfach auch, dass jeder auch irgendwo überall anpackt. Also, dass jeder mal eine Hand da hilft oder da hilft, obwohl er da vielleicht gar nicht für zuständig ist. Ich glaube, das braucht so einen Klub. Das ist sicherlich aufbaufähig. Aber wir haben, sage ich mal, den Manpower, den wir haben, glaube ich, den schöpfen wir voll aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist sicherlich in manchen Klubs anders. Da ist auch viele mehrere Köpfe verteilt. Aber manchmal, bin ich auch ganz ehrlich, hat man auch zu viele Manpower. Ja, das verdirbt das dann auch. Aber ich finde das eben gut, dass hier das wirklich so abgearbeitet wird, egal wie. Man spricht, man hat kurze Wege. Wenn ein Problem da ist, dann spricht man darüber. Man kann nicht immer alles sofort lösen, aber der Wille, eine Lösung zu finden, ist immer da. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Weitere Fragen? Ja, vielleicht nochmal zum Spielsystem. Im letzten Jahr waren ja die Lausitzer Füchse das Team mit dem besten Penalty-Killing der Liga, aber mit dem zweitschlichtesten Powerplay. Wie würden Sie Ihr Spielsystem, Ihre Philosophie beschreiben? Eher offensiv? Defensiv? Also, erst mal nehme ich das gerne, wenn wir das beste PK sind, nehme ich das trotzdem weiterhin mit, wenn wir das schaffen, ist immer sehr wichtig. Aber natürlich wollen wir ja unser Powerplay, das sind wichtige Bestandteile. Unsere Special-Teams können spielentscheidend sein, sowohl im Unterzahlspiel als auch im Überzahlspiel. Wenn du ein Spiel hast, was relativ ausgeglichen ist oder vielleicht sogar der Gegner ein Stück weit besser ist, kannst du trotzdem das Spiel in Überzahl entscheiden. Und ich glaube, das muss funktionieren. Und da haben wir von Anfang an versucht, daran zu arbeiten, fast eigentlich von der ersten Trainingswoche an, haben wir versucht, daran zu feilen. Und ich glaube, es geht ganz gut in die richtige Richtung. Könnten sicherlich noch das eine oder andere Tor, hätten wir vielleicht mehr schießen können in der Überzahl. Das ist sicherlich ein fester Bestandteil, aber wir wollen natürlich auch eine stabile Abwehr haben. Also nur aus einer stabilen Defensive können wir auch etwas Offensives kreieren. Trotzdem will ich den Spielern ein Stück weit eine offensive Freiheit lassen. Aber wir müssen natürlich trotzdem unseren Job machen. Wir müssen gut zurückkommen, ein gutes Backcheck haben. In der defensiven Zone wollen wir uns eigentlich nicht lange aufhalten. Wir wollen ein schnelles und einfaches Transition spielen, dass wir wirklich schnell nach vorne kommen. Und da gehen wir, wie gesagt, in die richtige Richtung. Aber es ist manchmal nicht so einfach. Aber wir wollen uns nicht hinten reinstellen und abwarten, was passiert und nur auf Konter spielen. Das wird nicht passieren. Dankeschön. Die nächste Frage von den Journalisten. Keine mehr. Dann habe ich noch ein Thema. Christoph, wir hatten ja in der Vorbereitung jetzt noch 3-Out-Spieler da gehabt. Sind dort schon Entscheidungen gefallen, die wir heute hier verkünden können? Ja gut, wir haben jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Oliver Stümpel denke, der hat eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Das werden wir sehen, wie die Vertragslage da zustande kommen könnte. Für uns ist er nur interessant als deutscher Spieler. Und das werden wir sehen, wie sich das ergibt. Aber insgesamt waren wir mit ihm schon ein Stück weit zufrieden. Ist trotzdem ein junger Bursche. Ist aber sehr gut trainiert. Körperlich sehr, sehr fit. Hat einen unglaublichen Willen, was zu erreichen. Das sind gute Voraussetzungen. Und von den anderen Spielern, wie zum Beispiel Moritz Kretschmer aus Berlin, hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Er ist aber nur 20 Spieler von Eisbär in Berlin. Der wird da auch erstmal spielen müssen, weil die auch gewisse Ziele haben. Aber ist natürlich auch mit der Schule so eine Sache, dass er nicht immer hier vor Ort sein kann. Aber er ist ein Spieler mit sehr großem Entwicklungspotenzial. Und wenn er zum Beispiel uns zur Verfügung steht, dann werden wir ihn sicherlich hier auch weiter fördern. Und der Dirk hat es eben gesagt, so eine Kooperation, die lebt miteinander, wenn man spricht, wenn man sich austauscht, wenn man beide Seiten im Endeffekt was davon hat. Und wenn gute Spieler von Berlin hier rüberkommen, dann werden die sicherlich gefördert. Aber sie müssen auch was dafür tun. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn sie hier rüberkommen, dass sie dann auch automatisch spielen. Sondern die Konkurrenz ist hoch. Und ich will, dass jeder hier 100 Prozent gibt, auch im Training. Und wenn einer nur ein Prozent weniger gibt, ist für mich die Entscheidung sehr leicht, jemand draußen zu lassen. Vielen Dank für die Ausführung. Dirk hatte es eingangs angesprochen, wir haben sechs Förderlizenzspieler. Kannst du von Beginn an mit den Youngstern rechnen? Ja, so wie es im Moment aussieht, wird uns Läden und Batulli zur Verfügung stehen am Freitag. Und alle anderen erstmal nicht. So ist erstmal im Moment die Sache. So trainieren wir im Moment. Wer aber am Ende des Tages in der Aufstellung steht, das werden wir erst spätestens zwei Stunden vorm Spiel am Freitag wissen. Vielen Dank für die Ausführung. Dann letztmalig die Frage an die Journalisten. Jawohl. Ich habe noch eine Frage zu Kassel. Da ist ja Petter Reveckelpater als Co-Trainer auch mit am Start. Der kennt die Füchse richtig gut. Haben Sie die Sorge, dass er sich nicht überraschen lässt? Oder der zu viel ausgeplaudert hat, wie das hier läuft? Oder ist das ein Vorteil, dass Sie eben auch neu angefangen haben, Mannschaft neu zusammengestellt, und deswegen da nicht so die Zusammenhänge da sind? Ich denke, es spielt alles eine Rolle. Sicherlich wird er manche Dinge wissen, aber viele Dinge weiß er auch nicht, weil er mich eigentlich gar nicht kennt. Klar kennen wir uns, aber er kennt mich eigentlich nicht. Von daher wird sich da schon manche Dinge verändern. Mein Bruder ist Manager da, der kennt mich auch, aber viele Dinge weiß er auch nicht. Die sage ich ihm einfach nicht. Von daher ist das natürlich immer, aber am Ende des Tages ist ja auch manche Dinge auch keine Geheimnisse. Am Ende des Tages muss jeder wirklich funktionieren. Die Einstellung, die Bereitschaft muss da sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Petri hat hier eine sehr gute Zeit gehabt, glaube ich, und hat hier sehr gut gearbeitet. Und für ihn ist es auch gut, wenn er wieder zurückkommt hier. Aber deshalb darf ich ja noch lange nicht die Punkte mitnehmen. Vielen Dank. Ja, und damit ist Teil 1 der Pressekonferenz schon durch. Ich bedanke mich bei den beiden Partnern hier links und rechts neben mir. Wir bauen ganz kurz um. Und dann haben wir Jens Baxmann und Kleid Breitkreuz als die neuen Gesprächspartner. Vielen Dank. Ja, dann kommen wir zum Teil 2 der Auftakt-Pressekonferenz der Lausitzer Füchse für die neue Saison. Jetzt zu meiner linken Kleid Breitkreuz, der Kapitän, der alte und der neue Kapitän der Lausitzer Füchse. Und zu meiner rechten Jens Baxmann, der sportliche Berater. Hallo, ihr beiden. Hallo. Und ich würde mit Jens anfangen. Jens, dir oblag die Teamzusammenstellung und das nach, wie wir bereits gehört haben, 16 Abgängen inklusive dem Headcoach. Wie schwierig gestaltete sich der Neuaufbau des Teams für dich? Ja, auch von mir erstmal ein großes Hallo zusammen. Ja, das hat ja letztes Jahr dann in der Saison logischerweise schon angefangen, als abzusehen war, dass wir auf den einzelnen Positionen einige Veränderungen haben werden. Ich glaube, wir können noch mal erwähnen, dass uns nach der Saison drei Spieler in Richtung DEL verlassen haben, was, denke ich mal, auch ein sehr, sehr gutes Zeugnis für den gesamten Standort ist, für die Trainerarbeit, die hier geleistet wird auch. Und von daher mussten wir uns da sehr umtriebig zeigen, haben viele Gespräche geführt, haben probiert, natürlich bestmöglich die Spieler vom Standort hier zu überzeugen, nach Weißwasser zu holen und sind eigentlich überzeugt davon, dass wir eine gute Mischung gefunden haben, auch von der Struktur her in der Mannschaft. Ich glaube, dass wir flexibler sind als letzte Saison meiner Meinung nach, dass wir uns vom Potenzial auch vielleicht bei den jungen Spielern verbessert haben. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht ein bisschen Körperlichkeit verloren und ja, wie Christoph es auch erwähnt hat, ist es eigentlich so schon, dass wir jedes Spiel sicherlich ans Maximum gehen müssen, dass wir unsere Identität aufs Eis bringen müssen, dass wir tagtäglich eigentlich diesen Prozess der Verbesserung, sage ich mal, vorantreiben, um halt dann auch konkurrenzfähig zu sein, gute Ergebnisse zu erzielen und freuen uns, dass es dann jetzt am Freitag gegen Kassel losgeht. Vielen Dank. Du warst ja auch verantwortlich für das Vorbereitungsprogramm mit deinen Mitstreitern. Habt ihr dort ein sehr gutes Vorbereitungsprogramm auf die Beine gestellt. Wir hatten auch die weiteste Reise überhaupt nach England. Wie reibungslos verliefen dort die Vorgespräche und wie schnell hast du eigentlich die Zusage dort von den Teams bekommen? Ja, ich glaube, dass die Vorbereitung für die Jungs als auch für die Trainer vielleicht schon eine große Herausforderung war. Es war uns eigentlich wichtig, dass wir wirklich gegen gute Gegner testen, dass wir gleich wissen, ja, wie hoch hängt die Latte. Wir haben jetzt in dem Sinne nicht gegen die L2-Mannschaften getestet, was vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit wäre, um zu sehen, okay, wie sind die anderen Mannschaften in der Liga drauf, wie ist das Level, dass die Jungs, gerade wenn du viele neue Spieler hast, vielleicht mal einen direkten Vergleich haben, auch in der Vorbereitung. Ansonsten muss ich sagen, waren die Gespräche mit England, mit den Klubs aus Nottingham und Manchester, waren wirklich sehr, sehr gut. An dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank natürlich an diese beiden Vereine, auch an unsere Partner, die eigentlich diese Reise überhaupt erst möglich gemacht haben. Und ich glaube, dass es für alle eine gute Erfahrung war. Es war ein schönes Erlebnis. Ich glaube, es war für die Fans auch wirklich eine ganz interessante Sache, die jetzt nicht alljährlich sicherlich so stattfinden wird. Ich glaube, 250 Leute hatten uns da wirklich dann tatkräftig unterstützt. Und ja, alles in allem, klar, hätten wir natürlich in Manchester das Spiel gewinnen können. Aber wie Christoph auch schon eingangs erwähnt hat, haben wir, glaube ich, gute Erfahrungen sammeln können. Wir haben Erkenntnisse sammeln können. Und diese vier Wochen sind natürlich auch nicht lang, gerade wenn du so viele Wechsel hast, dass alles zusammenwächst. Das ist auch ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Aber ich glaube, alle hauen sich voll rein. Alle sind top motiviert. Und wir wollen das vorantreiben, wie gesagt, dass wir immer besser werden, dass wir die Details, sage ich mal, gut ausführen, dass wir jeden Tag halt alles reinhauen, was wir haben, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen. Sicherlich sollen die Jungs Spaß haben, aber wir sind nicht nur zum Spaß hier. Das ist auch jedem bewusst. Und am Freitag zählt es jetzt. Und darauf freuen wir uns sehr. Die Vorbereitungszeit war kurz, vier Wochen. Wie konntest du in das Trainingsprogramm vom Cheftrainer die Teambuilding-Maßnahmen noch mit integrieren? Ja, das ist richtig. Wir haben eigentlich schon gesagt, dass wir gerne was machen würden, weil wir halt viele Wechsel hatten. Und wir haben ein Event gehabt, sage ich mal, wo die Jungs alleine mal so ein bisschen, ich nenne es mal, die sauer auslassen konnten, was natürlich auch wichtig ist, ohne Trainer. Dann haben wir ein Event gehabt, wo wir sozusagen auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit eingebunden haben. Trainerteam, Physio, wer gerne mitmachen wollte. Das war, glaube ich, auch wirklich ein großer Erfolg. Und dann hatten wir jetzt am Wochenende nochmal eine Kahnfahrt im Spreewald, wo wir auch gesagt haben, okay, da können die Frauen, die Mädels mitkommen, die Kinder. Wo wir einfach mal zusammen zwei Stunden ein bisschen Kahn fahren gehen, machen dann abends einen kleinen Grillabend zusammen, wo die Frauen sich vielleicht auch ein bisschen kennenlernen können, weil für die Partnerin ist ja doch immer am schwierigsten, ist, sage ich mal, Kontakt zu knüpfen. Die Jungs, die neu kommen, die haben gleich 20 Mitspieler, die haben uns, die haben Kontakt vielleicht zu den Fans, zu Sponsoren, zu Partnern. Die Mädels sind ja dann doch immer da so ein bisschen hinten dran. Von daher war uns das da auch noch wichtig, dass wir so eine Aktion starten. Und in den vier Wochen die drei Termine unterzukriegen, war nicht ganz einfach. Aber wir denken, dass es für alle eine schöne Sache war. Dankeschön, Jens. Fragen von der anwesenden Presse. Ja, das ist eine ganz spezielle Frage. Im vergangenen Jahr habt ihr mal irgendwann mitgeteilt, dass über Verletzungen nicht mehr gesprochen wird oder nichts mehr mitgeteilt werden soll. Jetzt gibt es ja bei den Icehockey-News zumindest immer die Ausfallliste. Und für mich ist es zugegebenermaßen schwierig. Ich mache zwar Leichensachen auf Arbeit und kann die eine oder andere Verletzung erkennen, wenn jemand mit einer Bandage am Knie rumsitzt. Wie wollen wir das handeln? Dass es wenigstens einigermaßen seriös ist. Dort muss nie drinstehen, dass die vier oder sechs Wochen ausfallen. Jetzt Unterkörperverletzung, Oberkörperverletzung hat sich ja sozusagen eingespielt inzwischen. Mehr wird ja nicht mehr berichtet. Wie kann man das vielleicht kommunizieren? Ja, also da würde ich wirklich sagen, dass wir da abschließend nochmal mit dem Trainerteam sprechen, wie wir das handhaben wollen in dieser Saison. Es geht ja da in der Hinsicht auch nicht darum, jetzt irgendjemand von unseren Fans oder die Öffentlichkeit anzulügen. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass man natürlich keine Angriffsfläche bieten will. Es gibt ja doch die ein oder anderen Spieler, die vielleicht dann in dem Sinne diese Information nutzen würden. Aber grundsätzlich haben wir natürlich auch irgendwo eine Transparenzpflicht, nenne ich es jetzt mal, unseren Fans, unseren Partnern, unseren Sponsoren gegenüber, die natürlich dann auch irgendwann sagen, na gut, vier Wochen lang läuft Spieler XY nicht auf dem Eis rum. Was ist da los? Also wir wollen schon sehen, dass wir da so einen Mittelweg finden, wo wir sagen, okay, wir sind transparent unterwegs. Aber wir wollen auf der anderen Seite natürlich auch, sage ich mal, ja, nicht zu viel Informationen dem Gegner geben und auf der anderen Seite auch irgendwo die Spieler ja schützen, muss man auch ehrlich sagen. Das waren ja so ein bisschen Tricks, indem wir reinschreiben, fällt wahrscheinlich zwei Wochen aus und das spielt dann. Nee, das will ich nicht. Aber das war jetzt der Effekt, wenn man es raten musste. Das ist ja grundsätzlich. Ich meine, wir sind alle keine Doktoren. Ich sage mal, ein Spieler hat eine gewisse Verletzung und dann gibt es von einem Arzt eine Prognose. Ja, und ich sage mal, wenn jetzt jemand einen Kreuzbandriss hat, der kann auch nach fünf Monaten wieder spielen, aber vielleicht auch erst nach acht. Also das kann man zu dem Zeitpunkt ja auch nicht immer genau beziffern. Deswegen müssen wir uns da, sage ich mal, ein bisschen auf die Ärzte auch verlassen, wie die die ganze Situation einschätzen. Und dann müssen wir halt uns nochmal besprechen, final, wie wir das dann kommunizieren. Weitere Fragen? Wenn Sie so auf die Kader in der DEL 2 schauen, welche Mannschaft hat Sie so am meisten überrascht? Wo sagen Sie, das ist jetzt der Top-Favorit? Und wo ordnen Sie auch Ihre Mannschaft dann ein? Ja gut, ich meine, wenn man jetzt vom Papier her nimmt oder geht, hat natürlich Dresden massiv aufgerüstet. Das liest sich erstmal alles ganz toll. Und ich will jetzt auch gar nicht groß über andere Vereine reden, weil ich denke mal, wir haben hier selber unsere Hausaufgaben zu erledigen. Wir wissen, dass wir viel Arbeit vor uns haben, aber auf der anderen Seite sind wir positiv gestimmt. Wir sehen, dass alle Jungs mitziehen, alle hauen sich voll rein. Und wir probieren natürlich auch mit Christoph oder die Trainer probieren, ihre Spielidee zu vermitteln. Und das wollen natürlich die Spieler am Ende des Tages auch, weil nur zusammen werden wir Erfolg haben. Und das war, glaube ich, die letzten Jahre bei uns so, dass wir halt auch viel über die Geschlossenheit, über den Zusammenhalt gekommen sind. Sicherlich hatten wir auch mit Hunter zum Beispiel damals einen außergewöhnlichen Spieler. Aber generell gesehen ist es so, glaube ich, haben wir dieses Jahr viele Spieler, die auch mal ein Tor schießen können. Wir haben Spieler, die vielleicht Unterzahlspezialisten wären. Dafür können wir auf der anderen Seite Zeit von unseren Überzahlspielern wegnehmen, die am Ende vielleicht dann diese zwei, drei Minuten weniger Eiszeit haben. Diese dann aber, wenn sie in der 58. Minute im Powerplay noch mal aufs Eis müssen, dieses letzte Fünkchen Konzentration halt mehr haben, was uns dann am Ende zum Erfolg helfen kann. Und von daher glaube ich, dass andere Mannschaften, glaube ich, auch an anderen Standorten gut gearbeitet wird, dass sich da natürlich auch probiert wird, zu verbessern. Aber ich glaube, dass wir schlagkräftig sind, dass wir wirklich eine reelle Chance haben, eine gute Saison zu spielen. Dankeschön. Ja, eine Frage. Merken Sie, dass Weißwasser und Dummsteinen einen geografischen Nachteil hat bei der Spielersuche? Oder anders gefragt, kommt es oft vor, dass Spieler sagen, ah nee, die weiten Fahrten immer und das will ich nie. Oder die kleine Stadt oder so was. Ich will halt ein bisschen mehr erleben. Oder sind ja junge Leute. Kommt das vor? Ja, sicherlich kommt das auch vor. Ich sage mal, das ist ja jetzt nicht nur die geografische Lage. Da spielen ja auch die Rahmenbedingungen, die Standortfaktoren, solche Sachen spielen ja dann eine Rolle. Ich glaube, man muss auch immer die Spieler da verstehen. Also wenn ich jetzt als Spieler drei verschiedene Angebote habe, sage ich mal, aus einer Großstadt, sagen wir mal, aus der Bodenseeregion und von uns, dann ist die Tendenz natürlich, sind wir nicht direkt die erste Wahl. Was ja aber okay ist. Oftmals ist es dann aber so, hinter jedem Spieler steckt ja auch irgendwo eine Geschichte. Und ich glaube, dass wir viele Möglichkeiten hier bieten. Ich glaube, dass wir eine tolle Arena haben. Wir haben gute Trainingsbedingungen. Wir agieren hier alle auf Augenhöhe. Mit uns kann man sprechen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, sage ich mal, dass wir uns gegenseitig hier vertrauen müssen. Dass wir wissen, okay, wenn der Spieler reinkommt, beispielsweise, er ist irgendwie angeschlagen, dass er uns das ehrlich mitteilt. Weil es bringt uns nichts, wenn er uns nichts sagt, fällt dann längerfristig aus. Also das ist uns auch nicht geholfen. Und von daher ist es schon so, dass man viel telefonieren muss, Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur im sportlichen Bereich so. Das ist ja, wenn Dirk mit Sponsoren redet oder mit Partnern redet, das ist ja auch, da legt man ja auch nicht jetzt einen Vertrag vor und sagt, unterschreib, sondern da will man ja auch ins Gespräch kommen. Da will man sich austauschen. Da will man, dass es für beide Seiten eine gute Lösung wird. Und von daher, klar, muss man da ein bisschen mehr investieren als vielleicht andere Standorte. Aber am Ende des Tages glaube ich, alle, die jetzt neu gekommen sind, fühlen sich hier wohl, sind happy und haben es bis jetzt nicht bereut. Dankeschön für die Ausführung, Jens. Und da möchte ich ganz kurz einfach noch das Gegenteil mal aufzeigen, weil Kleik Breitkreuz hat sich für die Lausitz entschieden und sein langjähriger Spielpartner Eric Valentin hat sich jetzt auch für einen längeren Vertrag hier in der Lausitz entschieden. Und beide waren in vielen, vielen deutschen Großstädten unterwegs gewesen. Und es gibt für jeden einzelnen Punkt, die hier in der Lausitz und in Hockey-Town, die sie dazu bewogen haben, sich für Weißwasser zu entscheiden. Also auch das immer wieder wichtige und schöne Momente. Ja, gibt es weitere Fragen an Jens Baxmann? Keine mehr, dann herzlichen Dank. Und dann kommen wir zum alten und neuen Kapitän, Kleik Breitkreuz. Hallo, Kleik. Hi. Kleik, wie verlief die Saisonvorbereitung für dich aus sportlicher Sicht? Ja, erst mal hallo. Ich probiere mal alle auf Deutsch hier, vielleicht Englisch. Ja, in meiner Meinung, wir haben gute Vorbereitungen gemacht. Ja, wie Christoph hat gesagt, wir haben harte Training gemacht. Aber alle die Spieler, es hat von Anfang an hart gearbeitet, hat hiergekommen fit und hat Sommer gut gemacht. Ja, ich denke, das war auch wie Jens mit der Mannschaft, die zwei DL-Teams und die zwei in England. Das war ein schweres Spiel. Aber was wichtig ist, wir haben Schritt für Schritt höher gemacht, von dem ersten Spiel bis zum letzten Wochenende. Und das ist, was wichtig ist für mich, dass wir jede Woche mehr bekommen haben von unserer Mannschaft. Und besser, besser bekommen, besseres Spiel gemacht. Und ja, ich denke, wir sind bereit für Freitag. Dankeschön für deine Ausführungen. Und hattet ihr als Team auch schon genügend Zeit, zusammenzuwachsen? Ja, ich denke, ja, ich denke, das war gut mit dem Trip zu England. Das ist drei oder vier Tage mit den Jungs und den Trainerstaff im Hotel, im Bus, im Flugzeug. Wir haben genug Zeit, zu lernen oder kennengelernt, all die neuen Spielern. Und das war gut und wichtig. Wir haben auch, was Jens hat auch gesagt, mit ein paar Team-Building zum Bundeswehr oder Boatstour, Spreewald. Und das war auch gut für uns, zu, ja, ein bisschen dekompressen, nicht immer Eishockey hier in der Kabine oder auf Eis oder im Kraftraum. Und das war auch gut für uns. Und ich bin sehr froh mit all den neuen Spielern, die hierher gekommen sind. Alle sind, ja, gute Leute, persönlich. Ja, und so, ich denke, wir haben genug Zeit. Dankeschön. Und jetzt schauen wir noch mal ein bisschen auf das Sportliche. Die letzte Saison der DEL 2 war ja extrem stark und ausgeglichen. Was erwartest du für diese Saison? Ja, Jahr zu Jahr der DEL 2 hat es besser bekommen. Ja, wir sehen alle die Mannschaft hier. Wir haben fünf Aufsteigen-Mannschaften dieses Jahr, ich denke. Und es ist eine gute Liga. Jedes Jahr, ich kann mit den neuen Ausländern, die hierher gekommen sind, reden. Und alle sagen, wie hoch das Liga ist und wie schnell das Tempo ist. Aber ich denke, das ist gut. Das ist gut für deutsches Eishockey und das ist gut für europäisches Eishockey. Und ich denke, diese Saison ist auch die nächste Stufe oder so. Das ist besser. Alle die Mannschaften haben hart gearbeitet im Sommer. Wie Jens und Flieger und Dirk, was hat hier gemacht. Und bauen starke Mannschaft. So, ich denke, das ist ein enger, eng Saison again. So, a tight Liga again this year. Ich denke, es wird nicht so viele Punkte separiert werden. Das ist das gleiche als letztes Jahr. Und ich glaube, dass jeder Team kämpft wird für diese Positionen von 3 bis 12. Es wird eine sehr, sehr tiefe Saison. Dankeschön, Clark. Gut, weitere Fragen von der Presse. Es gibt eine Regeländerung, dass die Spieler nur noch über den Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen. Ansonsten kann es auch Bestrafungen geben. Was bedeutet das für Ihre Mannschaft? Gibt es da auch Spieler, die Sie dann bremsen müssen, wo man ein bisschen aufpassen muss? Ja, gut zu wissen. Aber mit unserer Mannschaft, ich denke, das ist einfach. Wir müssen ein bisschen reden vorher. Das ist hier im Mund zu. Aber ich kenne alle die Schiris gut in unserer Liga. Ich habe großen Respekt. Ich habe keine Probleme mit allen und ich denke, wir können einen guten Weg finden und hoffentlich nicht so viel Strafe für uns. Dankeschön. Noch Fragen? An Kleut Breitkreuz. Wo siehst du die Füchse am Saisonende? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keinen Crystal Ball zu sehen. Aber ich denke, was Christoph auch gesagt hat, wir müssen jedem Spiel unser Bestes geben und kämpfen für Punkte. Und dann ist alles möglich. Wir müssen jedes Spiel gibt es ourselves oder die Chance zu geben, das für Punkte holen. Und dann, ja, dann wir sehen die, ich habe vorher gesagt, die Liga ist so eng. Wir haben viele, viele gute Mannschaften. Und alle die Mannschaften haben die Möglichkeit für Playoffs oder Pre-Playoffs. Also, es ist, ja, wir kämpfen jeden Spiel und Punkte holen. Und dann, wir reden nach dem Saison. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Keine? Dann ist diese kurzweilige Auftaktpressekonferenz der Lausitzer Füchse auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei den anwesenden Journalisten hier vor Ort. Wir wünschen uns alle gemeinsam natürlich eine erfolgreich und möglichst verletzungsfreie Saison. Wir wünschen uns eine volle Eisarena hier. Also, liebe Fans, liebe Zuschauer, Sie sind alle herzlich eingeladen, die Heimspiele der Lausitzer Füchse und auch gern die Auswärtsspiele mit zu besuchen. Los geht es am Freitag, dem 13. gegen die Kassel Huskies hier der Heimspielauftakt in der DL2-Saison. Und am Sonntag dann 17 Uhr auswärts bei den Star Bulls Rosenheim. Vielen Dank für euch beide nochmal und das war es gewesen. Dankeschön.